Das war da, zeigt Dr. Eggman vor uns. Hier könnten Feinde lauern. Also, passt auf! Ich fürchte, Dr. Eggman führt noch was im Schild. Das war's für mich. Das ist furchtbar. Sie haben hier alles zerstört. Wir müssen Dr. Edmund aufhalten und diesen Krieg schnell beenden. Sei vorsichtig, Sonic. Ich sehe hier noch andere Signale, außer Dr. Eggman. Eins ist stärker als die anderen. Was könnte das sein? 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 Was könnte das sein?